Wer sind die Kriegerinnen? Eine Spezialeinheit. Eine feministische Revolution, richtig? Unsere Revolution kennt keine Grenzen. Seit tausenden von Jahren werden Kriege auf Kosten von Frauen ausgetragen. Dieses eine Mal fürchten Sie uns. Ich will sterben durch einen Mann. Leider kein Mann hier. Ich verlasse euch, um unseren Vater zu rächen. Und Kero zu finden. Wie heißt du? Sarah. Ich bin Laura. Und die am Steuer ist American Sniper. Unser Chief ist bekannt als die Löwin von Kobanen. Guter Schuss. Dafür bezahlen Sie. Wenn Frauen rebellieren, werden sie aus der Geschichte verbannt. Aus der Gesellschaft. Und man schickt sie heim. Aber diesmal nicht. Als die Küche. Das ist nicht so weug. Wenn Frauen die Bücher zurückkehren. Ich bin ein Glück.